Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3, zusammen mit Moriano. Ja, hallo. Wir haben das letzte Mal den ersten richtigen Boss zerlegt gehabt, den Schlechter. Ja, nee, den haben wir noch nicht. Du meinst den Flat König, den Schlechter. So, wir holen uns erstmal die nächste Quest bei Deckard Cain ab. Dem alten Sack. Ja. Guck mal, dass der Kurt ein Schwarz wird, sorry. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensitzen. Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Jo, das wird lustig. Ja. Natürlich. Natürlich. Genauso wie um den Fremden herum in der Erinnerung der Stücke zu sehen, haben die Schwertstücke oder die Ziegenmenschen in Wahnsinn getrieben. Ja. 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 Okay, jetzt kommt erstmal wieder der berühmte Standard-Lag, den es am Anfang des Spiels gibt, warum auch immer. So, ja, müssen wir nicht mehr machen. Jetzt geht's weiter. Felder des Elend. Hey. Muss aufholen. Bist du zu langsam? Ich bin zu fett. Müssen wir abnehmen hier. So, wir möchten ja möglichst viel Arbeit verbunden. Wir möchten ja möglichst viel angucken. So, alles aufdecken. Doch, 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 doch. Hm, hm, hm. Mal wieder. Boah, Gegner. Schon tot? Wie langweilig. Es geht viel zu schnell. Hintergrund der Federmäuse. Ja, das ist langweilig. Da warst du einschreien. Oh, Raserei? Erläuftung, verdammt. Ja, kann man auch gebrauchen. So. Ja, du hast ja schon deine doofen Kleidungsstücke, die dir voll viel Erfahrung haben. Ein bisschen was, aber nicht viel. Oh, ganz viele Gegner. Moment, ich logge dir auch mal mit. Hallo, hier bin ich. Oh, da kommen noch mehr. Das macht Spaß. Oh, Level up. Oh, da ist so ein doofes Nest. Solche Nestle immer zerstören. Obwohl, das ist auch ein guter Platz zum Trainieren eigentlich. Für das Bäume immer wieder solche Federmäuse. Dauert halt nur ein bisschen. Aber sonst. Oh, Baum. Hallo, Baum. Ja, die Bäume werden später auch noch so nervig mit dem Scheiß-Gift. Ja. Das erste Mal beim Spielen, da bin ich in einem Gift stehen geblieben. Ja, ich hab's bei Alptraum gemerkt. Ich bleib drin stehen und plötzlich blinkt es. Und ich dachte mir auch nur, okay, wo kommt das denn her? Noch ein Baum. Oh, zwei Baum. Scheiß Baum. Ja, zwei Baum. Krasse Grammatik, Mann. Ich weiß. Like a ball. Total. Ja, Mann. Oh, kaputt machen. Da ist eine in... Kaputt machen? Okay. Blinden, dann? Oh, okay. Boah, ach nee, da ist so ein Riesenvieh. Eine wilde Bestie. Ja, die stürmt dann immer an, das ist so nervig. Haut sich jetzt mal zwölf Meter weit weg. Ja, vor allem tut das weh. Ja, minimal. So, stopp. Kaputt machen, ich mach das kaputt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, mach du. Oh, hier ist die Höhle. Denk. So, ich mach da noch schnell kaputt. Oh! Schöne Gegner sind da oben. Mach mal die erst mal kaputt. Ja. Hallo. Wie lange? Teleporter sind das, okay. Geht doch noch. Genau. Kann mich auch teleportieren. Und ich kann die voll wegschleudern. Oh, geht ja ganz fix. Super, super. Oh, Glücksbringer. Und Geld. Ah, was ist das? Ein Schild mit 49. Gut, das ist scheiße. Gehen wir halt mal schnell Höhlen forschen. Verfallen. Oh, eine goldene Waffe. Mal gucken. Was? Goldene Waffe? Wo? Ich will auch. Hab ich gefunden gerade. So. Ja, schon. Ja, schon. Hallo? Hier mein Zuhause. Hallo? Hm. Oh, Gegner. Bin begeistert. Super, super. Bist du da bist denn leile tot, ey? Ja, ich bin dick. Zu langsam. Ein abenteuerlicher Ring. Oh, mit Erfahrung. Nein. Plus sechs. Ja, ich hab ja die andere Erfahrungszeugs da abgelegt, weil besseres Zeug. Aber jetzt hab ich wieder sechs Erfahrungen mehr. Immer mehr. Oh, Gegner. Wow. Gerade voll so fett. Oh, da ist so eine Kotze, Tussi. Ja, war bei mir gerade auch. Immer schön Gegner, Kotzi. Gibt immer schön viel Erfahrungspunkte. Gefällt mir. So. So hast du was gesehen. Ich will mein Geld. Schon tot. Ja, aber vielleicht haben die Geld für mich. Nein. Ich brauch Geld. Weil du bist so arm. Ja, jetzt kommt dann gleich wieder so ein Kommentar unter dem Video. Immer diese Geldgeilen YouTuber. Er ist so Standard, aber... Ey, das erst, wenn du Partner bist. Ja. Bis jetzt nicht. Dann bist du sofort Geldgeilen. Ja. Ja. Na ja, die Leute wissen ja, wo der... der Abonnieren-Knopf ist. Nein. 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 Komm her. Nicht kotzen. So. Hat wohl zu viel gesagt schon, die alte. Ich bin jetzt voll drauf, Mann. Hm, na ja. Immer erst nach dahin. Da geht's weiter. Wahrscheinlich. Wohin? Links, rechts, links, rechts. Hallo. Oh, ganz viele, die kotzen können. Oh, das gefällt mir. Lass dich damit waschen. Ja. Hm, na ja. Hm, na ja. Hm, na ja. mann liebliche Schöpfer da habe ich gerade auch gedacht QL unsag nix drin doch ja 7 nö Rote liegt auch noch Gold auch wenn ich es nicht wirklich brauche okay das ist auch zur Kasse echt stimmt ja ich war doch gerade da hinten mann Alter eh ich habe mich beinahe getroffen du hast ihn nicht mehr OHH NE! Blocker kotzende Blocker, das is nice Ich wurde geheilt ich wurde geheilt hähä, lass mich raus wo ist der letzte? Da ist der letzte, die letzte bum 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 kaputt ja so ein bisschen und da kommen die nächsten gegner ja gemetzel so erstmal aufsammeln so was haben wir denn da noch ein drängen was anderes blaues zwei leben pro getötet dem gegner ist gut unten eine waffe mit 15,4 schaden kann schaden die füße der gegner gewähren erfahrung willst du vielleicht mal so eine waffe nein damit du auch ein bisschen erfahrung bekommst nein ich lehne das strikt ab was haben wir denn da oben schluss um fletter maus warum darum gibt es hier irgendwelche geheimnisse irgendwelche schätze keine ahnung irgendwie ganz viele kotze zombies das ist nicht gut ich blende die mal weil ich es kann ja so oh da kommt was oh nein sie leben noch nicht mehr hihihi uuuu geld uuuu gegner und geld hihihi zweite ebene gott sei dank wird mal wieder zeit für ein level up würde ich mal sagen uuu gunst mehr geld 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 Oder magische Gegenstände sind wir auch nett. Ach ja, die wir. Ah, hallo. Ja, lieben gern. Cool. Super. Oh, das ist der Vater. So, draufhauen. Bis die da sind, sind die ja schon fast wieder tot. Und, das sind Kotze. Okay. Dann gehen wir halt auf die. Da ist, auf das die. Entehrte nach. Oh, Eis, Eis, Eis ist schlecht. Hier, flieg mal weg. So. Das war schon. Langweilig. Was hast du denn noch so zu berichten? Jetzt lässt dir irgendwie so einen weißen Gegenstand fallen. Wow. Ich bin begeistert. Oh, was blau ist sogar. Und 900 EP. Äh, zu mir auf EP gedrückt. Ja. Der hat bei mir nichts fallen gelassen. Der hat bei mir nichts fallen gelassen. Der hat bei mir nichts fallen gelassen. Und ich habe einen mit 16. Der hat bei mir gar nichts fallen gelassen. Und hier ist eine prächtige Truhe. Oh, ganz viel. Mein, 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 mein. Oh, uh, 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 uh. Blaue Stiefel. Ich krieg zu viel. Ganz viel Zeug für mich. Was hab ich denn da? Gucken wir mal eine. Achso, das ist meine alte Forstwaffe. Nochmal eine Waffe mit 15,8 Schaden, falls du willst. Und 11,2. Äh, meine ist hat 19,9. Und die zweite? Und die sind ganz viele Gegner. Oh mein Gott, ich bin hier eingekesselt. Moment. Ich glaube, ich werde sterben. Ich bin da. Ich rette dich. Warum kam ich da gerade nicht mehr raus? Keine Ahnung. Da war so eine Wand vor allem. Scheiß drauf. Auf jeden Fall haben mich ganz viele Viecher angekommen. Ja. Uh, Level ab. So, wir haben hier noch ein Schreien. Aber ich mache mal ganz kurz Pause. Moment, bis gleich. Oh, das sind wir auch wieder. Ähm, ich hatte noch ein Level. Aber ich gucke mal kurz, was ich bekommen habe. Die Lähmendwoge. Weitreichende Schläge. Lähmendgegner. So, dass deren Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit reduziert werden. Das ist lustig. Ja, das benutze ich immer. Ja, benutze ich auch. Gewitterfront hat eine Rune bekommen. Reduziert die Geisteskraftkosten von Gewitterfront. Ähm. Wow. Das kostet sowieso nur 25, also bleib ich bei meinem fegenden Tritt. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, dann nehmen wir das Ding hier noch mit und gehen raus. Schneller, bin schneller. War klar, dass du das machst. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind wieder hier draußen. Und... Ja, wo? Egal. Irgendwo. Wir müssen eh die ganze Karte aufdecken. Beziehungsweise müssen nicht. Aber es ist einfacher. Weil man da... ...ein EP-Vorteil hat. Ja. Bitte, bitte. Das sind welche. Ach, verdammt. Jetzt kann ich nicht mehr teleportieren. Egal. Ganz viele von diesen Zügen gestalten, da. Ähm. Ja, hier müssen wir auch noch gucken. Ne, das sind... ...das sind die Flügel hier. Äh. Ich hab sie weggeschlagen. Wollen wir erst mal fett weggicken. Ah, ah. Ja, mich hat's erwischt. Ja, na, na, na. Komm. Baut drauf, baut drauf. Ich weiß, du kannst es schaffen. Ich wurde geheilt. Geringer und schwacher Heiltrank. Ich habe dich gerettet. Ich wurde geheilt. Und da sind noch ein paar Flägeräuse. So. Aber das war's dann hier. Okay, gut. Dann haben wir den unteren Teil hier schon mal fertig. Immerhin. Yeah. So immer. Alter. Voll OP. Voll OP. Hey. Mach doch sowas nicht. Da kriegen die Leute ja noch Angst. Genau. Ein Nest und ein Baum. Ja, das wird jetzt lustig. Ah. War noch nix. Und jetzt kommt ein komischer Fräscher. So. Alles kaputt. Hm, hm. Ein Abenteurer. Was hat er denn dabei? Ganz viel Geld. Finde ich gut. Gefällt mir. Wow, wow. Acht Goldstücke. Bei mir hat er ja drei ganze Dinger. Mit ein paar Gold. Und hier ist nochmal einer. Und hier ist nochmal einer. Das hat heute nichts. Das geht noch nicht. Warum? Scheiß cool da. Ich will springen. So, da ist noch einer. Und der hat auch nichts dabei. Langweilig. Langweilig. Das Grill scheint dir viel Spaß zu machen. Ja. Total geil. Boah, Geld. Ein totes Tier. Ja, ja. Von wegen. Ja, was hat diese Metch die Gewässergebung getötet. Ja, das Zeug hier. So ein paar Froggy sind hier. Oh, der Meisterfroggy. Das ist so geil. Okay. Ja, bis jetzt sehen. Und sich für eure Fühle bedanken. Okay. So, Achtung. Hallo. Das ist der Mann, der unseren Bogen getötet hat. Das ist nur zu. Das alles bedanken nur euch. Ich werde drücken. Ich muss weg. Zu geil. Ja, sie ist eingelegt. Wie lange schon? Wäre lange. Brauchst du ein Schild mit 8 Rüstung? Wenn man mit 8 Rüstung hat in denku burden auf 14 rät. Das war's für ein Schild. Wenn ich selber eine Stole inslasse... was ist, dann bin ich sehr interessiert.